Ja, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Stefan Bilger, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, insbesondere die Mitglieder der Jungen Gruppe und die früheren Mitglieder der Jungen Gruppe, schön auch von meiner Seite, dass Sie sich entschieden haben, die 25 Jahre Geburtstag so zu feiern, dass dabei auch etwas an geistigem Gewinn herauskommt und dass Sie sich so präsentieren, wie Sie sich auch verstehen, nämlich als Menschen, die sich über die Zukunft Gedanken machen, die verantwortungsvoll Entscheidungen fällen, aber mit einer anderen Perspektive natürlich naturgemäß aus dem Alter heraus, als das vielleicht 60-Jährige oder 50-Jährige oder 40-Jährige können. Darunter ist man dann ja fast noch Mitglied der Jungen Gruppe. Ich freue mich auch, dass Julia Klöckner hier ist und bin etwas sozusagen beeindruckt über die Bandbreite ihrer Themenstellung. Wenn man so aus dem täglichen Kampf zwischen Auftritt beim Sparkassenverband, der Diskussion über die Förderung der Elektroautos und dem Bildungsbericht heute im Kabinett, um nur einige Sachen zu nehmen, kommt, dann muss man erst mal über das Jahr 2050 wieder nachdenken. Aber ich glaube, die Themen sind ja richtig benannt und ich werde auf die Themen auch noch mal eingehen, und ich will nur Folgendes sagen, Sie wachsen jetzt oder Sie sind diejenigen, die Verantwortung übernehmen, die gestalten müssen in einer Phase, in der man 25 Jahre nach der Deutschen Einheit oder 26 Jahre nach der Deutschen Einheit eigentlich sagen muss, das Ganze wird Geschichte. Und für Sie ist es natürlich viel mehr Geschichte, als es für mich ist, die ich immerhin bis zum Grenzalter der Mitgliedschaft in der jungen Gruppe noch in der DDR verbracht habe. Das war ja da meine einzige Lebenserfahrung. Und meine Lebenserfahrung sozusagen in der freiheitlichen Gesellschaft ist jetzt etwas älter als Ihre Existenz in der jungen Gruppe. Und insofern haben Sie einen Blick, der geht eben schon sehr in die Geschichte. Die einen waren noch nicht geboren, die anderen waren zehn Jahre alt und insofern war da noch an Gestaltung der damaligen Gesellschaft nicht viel zu denken. Und ich empfinde auch in vielerlei Hinsicht diese Zeit jetzt 25 Jahre danach schon noch einmal als eine Zeit, in der jetzt ganz massiv durch die Digitalisierung, die immer spürbarere Globalisierung, wir in eine neue Etappe hineingehen, die auch dadurch geprägt ist, dass etwas Zweites passiert, dass nämlich diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus noch selbst erlebt haben, langsam bald alle nicht mehr unter uns sein werden. Und das bedeutet, dass diejenigen, die davon erzählen konnten, wie war das, als nach dem Zweiten Weltkrieg Europa gegründet, die Europäische Union entstanden ist, wie war das, als Deutschland und Frankreich noch wirklich verfeindet waren. Wir werden in wenigen Tagen 100 Jahre Schlacht von Verdun erleben. Ich war noch mit, ich erinnere mich noch, wie der letzte Teilnehmer des Ersten Weltkriegs gestorben ist und jetzt kommen wir eben nochmal in so einen Zeitabschnitt. Und deshalb ist meine Frage oder meine Bitte an Sie als erstes, bei allem, was sich ändert und bei allem, was dauernd auf uns neu zukommt, fragen Sie sich ab und an auch, was für Sie unveräußerlich ist, was aus dem, was sozusagen das Erbe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, was Sie davon unbedingt übernehmen wollen und wo Sie glauben, dass die, die schon älter sind, die noch älter sind als ich, wofür die gekämpft haben und was davon nicht infrage gestellt werden sollte. Ich sage das vor mancher Diskussion in der Europäischen Union jetzt, die mir manchmal so ein bisschen auch Sorgen macht, will ich ganz unverhohlen sagen, dass so die Frage meiner Kompromissfähigkeit oder der Kompromissfähigkeit jedes Einzelnen hängt ja unglaublich davon, der Frage ab, wie wichtig halte ich das Gesamtgebilde. Und ich glaube, Sie werden Menschen sein, die noch viel stärker in dem Geist denken müssen, dass Nation und unser Land, Deutschland, die Europäische Union, aber dann auch die Welt eigentlich verschiedene Seiten ein und derselben Medaille sind. Und das müssen Sie parallel im Kopf haben. Sonst werden Sie, glaube ich, nicht die richtigen Entscheidungen treffen können. Und ich merke bei manchen Diskussionen, die wir in diesen Wochen und Monaten führen, dass diese europäische Dimension noch nicht so intensiv mitgedacht wird, wie ich glaube, dass sie es getan werden sollte, wenn ich mir die Probleme angucke auf der Welt und die Lösungsmöglichkeiten. Sie wachsen dann also in eine Welt hinein, die überhaupt nichts mehr von dem hat, was wir noch alle erlebt haben, der Kalte Krieg, die klare Einteilung in Gut und Böse. Und manchmal neigt man ja dazu zu sagen, eigentlich war es ganz schön einfach, als die Abschreckung so gewirkt hat, dass beide Seiten sich zurückgehalten haben, weil keine der beiden Seiten im Kalten Krieg wollte sich umbringen. Heute haben wir es unentwegt mit Gefährdungen zu tun, bei der Menschen aus dem Dschihad zum Beispiel überhaupt nichts dabei finden, sondern es noch besonders erstrebenswert finden, um andere umzubringen, sich selbst auch zu opfern. Das ist eine völlig neue Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und diese Herausforderung, auf die haben wir noch keine abschließende Antwort. Und die muss uns umtreiben. Weil Sicherheit natürlich für die Freiheit schon eine notwendige Randbedingung ist. Ohne Sicherheit lebt es sich in der Freiheit auch nicht so richtig frei. Und dann ist diese Welt, das ist sicherlich richtig eine multilaterale Welt. Das heißt, es wird viel mehr Pole von Entscheidungsmöglichkeit geben, von Macht, von Gewicht. Und was wird in dieser Welt ein Kraftzentrum sein? Ich denke, dass in einer solchen Welt ein Kraftzentrum sein kann, wer wirtschaftlich stark ist, wer dafür bekannt ist, dass er für seine Sicherheit sorgen kann und vielleicht ab und zu so stark ist, dass er auch noch anderen helfen kann, die auch Sicherheit brauchen und die sozusagen ähnliche Ideale teilen oder zumindest sich auf den Weg zu ähnlichen Idealen begeben. Und deshalb muss sich Deutschland und muss sich Europa die Frage stellen, wollen wir in einer solch viel stärker, in einer viel polarigen, also mit viel mehr Polen bestehenden Welt, wollen wir da ein solches Kraftzentrum sein und glauben wir, dass wir das alleine können? Ich glaube es nicht, mit 80 Millionen, sieht nicht gut aus bei sieben Milliarden Einwohnern. Aber können wir es als Europa mit 500 Millionen schon eher? Und der amerikanische Präsident hat ja schon aus Sorge um Europa neulich in Hannover, oder vor wenigen Tagen, zwei Tagen oder drei Tagen, drei Tagen, in Europa, eine Rede, in Hannover eine Rede über Europa gehalten, über die Europäische Union und hat gesagt, mein Gott, muss man eigentlich von außen kommen, um euch zu sagen, was ihr geschafft habt? Und das war schon beeindruckend und deshalb müssen wir definieren, was müssen wir können, um überhaupt all das, worüber wir dann ja noch sprechen, die Mobilität, die Rente, die Arbeitsplätze, die Familie und all das überhaupt so leben zu können und nicht den ganzen Tag abgelenkt zu sein und sich mit unserer Sicherheit zu beschäftigen und zu fragen, was können wir da leisten? Da will ich nur einen Aspekt mit hineinbringen. Die Welt verschiebt sich durch die demografische Situation, nimmt unser Anteil ab an der Weltbevölkerung, am Bruttoinlandsprodukt und die Gewichte werden sich stärker in Richtung Pazifik verlagern. China ist auf einem aufsteigenden Weg. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor sehr, sehr stark, sehr dynamisch, haben auch nicht die demografische Herausforderung, haben es auch geschafft, sehr gut immer wieder neue Gruppen in die Bevölkerung aufzunehmen und die Vereinigten Staaten sind auch positioniert in der Welt, auch das muss man sich vor Augen führen, etwas einfacher, was Geografie anbelangt. Sie haben im Norden eine Grenze nach Kanada, da ist ein Freund. Sie haben links und rechts einen großen Ozean und sie haben Richtung Zentralamerika eine komplizierte Grenze. Wenn wir uns jetzt mal unser Gebilde angucken, den Schengen-Raum, den Raum unserer Reisefreiheit, den Raum unserer Wertegemeinschaft, dann ist der sicherste Abschnitt heutzutage der Nordpol, Grönland. Ich sage das deshalb, weil wir oft gescholten werden, dass wir uns nicht um die arktischen Routen kümmern, denn wenn der Klimawandel fortschreitet und diese Route beschiffbar ist, China interessiert sich mehr für die Arktis, als wir das gemeinhin tun, dann wird das eine hochspannende Zone. Dann kommt Russland, dann kommt die Ukraine, dann kommt, ne, kommt Russland, dann kommt Weißrussland, dann kommt die Ukraine, dann kommt Moldawien, dann kommt gegenüber im Schwarzen Meer Georgien, dann kommt die Türkei, dann kommt Syrien als unser Nachbar, nur zur Erinnerung, Zypern und Syrien sind Nachbarn, nur durch eine kleine Seestrecke getrennt. Dann kommen Jordanien, Libanon, Israel, Ägypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algerien. Und gegenüber von uns liegt der afrikanische Kontinent, das ist unser Nachbarkontinent. Und wenn Sie sich mal die Fluchtrouten dieser Erde anschauen, von Bangladesch, Pakistan über ganz Afrika und sich die Stabilität der politischen Regionen anschauen, und dann liegen wir sozusagen mit unserem Schengengebiet in einer Nachbarschaft, die ist, sagen wir mal, erst mal vielfältiger als die der Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben uns in den letzten fünf Jahren geschafft, quasi vom Erdgas und Erdöl aus der Region, die unsere Nachbarschaft ist, unabhängig zu werden. Und damit ist es auch nicht mehr Naturgegeben, dass das strategische Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika nun naturgemäß in Europa liegt. Das liegt dort, solange wir stark sind, wirtschaftlich interessant, unseren Beitrag zur Sicherheit leisten, auf jeden Fall, weil wir eine Wertegemeinschaft haben. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen die Vereinigten Staaten das so als Naturgegeben nehmen können, dass sie sich auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre damit beschäftigen. Und wir haben ein größeres Interesse dran, mit all den islamistischen Herausforderungen, klar, genauso großes Interesse, und wir müssen uns schon fragen, was davon können wir eigentlich alleine und was davon können wir nicht alleine? Und diese Frage wird drängender. Und früher habe ich eher theoretischerweise manchmal junge Außenpolitiker gefragt, sie sollen noch mal die Welt beschreiben, mit der Maßgabe, wer ist unser Freund und wer ist er, unser Gegner? Ohne, wenn nicht die Amerikaner uns das irgendwie sagen würden. Heute kann das sein, dass wir das, oder in Zukunft, in den nächsten 20 Jahren kann das sein, dass wir das sehr viel mehr selber tun müssen. Und ich glaube, dass Ursula von der Leyen zum Beispiel gestern eine sehr, sehr zukunftswichtige Entscheidung getroffen hat, indem sie im Grunde eine neue Teilstreitkraft gegründet hat mit Cybersicherheit. Das gab es noch nicht und das wird eine richtige Einheit und das ist richtig, weil sich nicht mehr nur zu Boden, Wasser und Luft militärische Auseinandersetzungen abspielen werden, sondern weil sie sich eben auch im Bereich der digitalen Welt abspielen werden, mit all den Herausforderungen, die wir zu bestehen haben. Deshalb wäre meine Bitte, wenn wir uns Richtung 2050 orientieren, das eigene Interesse an einer transatlantischen Partnerschaft immer wieder zu artikulieren, weil wir uns nicht mehr werden so verhalten können, dass sozusagen die Amerikaner aus Gründen, die sie im Kalten Krieg hatten, sich schon um Europa kümmern werden, weil die Trennlinie des Kalten Krieges hier genau durch Europa ging, sondern weil man eben viel Interessantes, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, auch außerhalb Europas erleben kann auf der Welt. So und jetzt kommen wir zu dem europäischen Gebilde. Europa ist unter Druck, dass die letzten Jahre zeigen im Grunde, dass die Welt Europa testet. Was ist das eigentlich für ein Gebilde? Erst war die Währung dran. Haltet ihr zusammen oder haltet ihr nicht zusammen? Und es gibt genügend Kräfte auf der Welt, die wollen ja gar nicht, dass wir zusammenhalten. Wir sind einfacher zu handeln, wenn wir nicht zusammenhalten. Und der zweite Druckpunkt, den wir jetzt bestehen müssen, ist die Frage, wie könnt ihr eure Außengrenzen schützen? Seid ihr dazu in der Lage? Oder fallt ihr wieder zurück in den Schutz der nationalen Grenzen? Und deshalb habe ich jedenfalls sehr viel Kraft darauf verwandt, dass wir lernen, unsere Außengrenzen zu schützen. Weil ansonsten der Binnenmarkt in Gefahr ist, Europa in Gefahr ist und dann auch das nationalstaatliche Denken schneller wieder auferstehen wird, als man das sich vorstellt. Und jetzt müssen wir mit dem Gebilde, von dem ich hoffe, dass es immer stärker eine einheitliche Währung hat und dem Gebilde, dass es lernt, seine Außengrenzen zu schützen, jetzt müssen wir dieses Gebilde mit Leben erfüllen und es muss ein Gebilde des Wohlstands sein, der Stärke sein und das auf die modernen Herausforderungen Antworten geben kann. Jetzt, all das wird beschleunigt im Grunde durch die Digitalisierung, die natürlich unser Leben massiv verändert und wo ich glaube, dass wir bei den Jüngeren sehr, sehr stark hinhören müssen, weil wir das im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so erfüllen können. Also es gibt nicht umsonst die Digital Natives und die Digital Migrants oder so. Also Integration kann da auch stattfinden mit den Migrants, aber die Integration wird nie mehr die Tiefe erreichen, als wenn man von Kindesbeinen an sozusagen in diese Welt hineingewachsen ist. Und jetzt wird dieses Hereinwachsen etwas bedeuten für, jetzt bin ich noch gar nicht mal bei den Sachfragen, sondern erstmal bedeutet es, dass Sie alle Informationen immer haben können mit dem Nebeneffekt, dass Sie auf jede Frage aber auch gleich eine Antwort geben sollen. Sie kriegen individualisierteste Angebote. Als ich groß geworden bin, da war klar, dass man irgendwie zwei Fernsehprogramme im Westen und wenn man DDR-Fernseh nicht gesehen hat, dann hat man halt mit dem Rest darüber gesprochen, hast ZDF gesehen oder ARD. Und damit war schon mal gemeinsamer Gesprächsstoff für den nächsten Tag da. Heute können Sie bestenfalls noch beim Nationalmannschaftsspiel oder Champions League Halbfinale wie heute davon ausgehen, dass Sie morgen ziemlich viele Leute treffen, die über das Gleiche reden, weil sie am Abend das Gleiche erlebt haben. Ansonsten ist alles individualisiert, geschnitten. Was bedeutet das für den Zusammenhalt von Gruppen, die politisch gemeinsame Werte teilen und die auch Politik gestalten wollen? Wir werden, ich sage das ohne Klage, damit rechnen müssen, dass viel ausgefaserte Interessen sind, in der einzelnen Abgeordneten zum Beispiel da sind, sodass wir auf der einen Seite sozusagen diese Antennen, wo ja jeder ein Stück Gesellschaft wahrnimmt, aus seiner individuellen Wahrnehmung heraus, immer wieder verbinden müssen mit dem, was zeichnet uns denn noch gemeinschaftlich aus. Die Zeit, in der es vier Flügel in der CDU gab, werden mal als sehr übersichtlich gelten, obwohl auch das schon schwierig war, den Sozialflügel und den Wirtschaftsflügel zusammenzubringen. Aber heute wird das viel, viel schwieriger. Und wie viel Bereitschaft gibt es eigentlich noch in einer Welt, wo ich mir zu jedem Thema hinreichend viele Leute gleichen Geistes zusammensuchen kann, mich lebenslang in einer politischen Gruppierung aufzuhalten und zu sagen, das ist meine Familie, meine politische Familie und da stimme ich mit, auch da mache ich mal was, was mir gar nicht passt, kommt ja auch vor, hat man heute auch schon wieder. Und ist der Mehrwert, auf Dauer gemeinsam zu sein, überhaupt noch dafür da, ausreichend gegenüber dem, dass ich mich permanent mit einer Interessengruppe zusammentue? Und meine Bitte wäre, dass Sie sich mit der Frage auch mal beschäftigen, weil die ansonsten, wenn wir auf die keine Antwort geben, zu einer schleichenden Erosion führen kann von all dem, was unser einer sozusagen mit der Muttermilch oder mit der politischen Muttermilch aufgesogen hat, eine Fraktionsgemeinschaft und dass man eben nicht gegeneinander abstimmt und dass es Gewissensfragen gibt und ansonsten hebt man die Hand im Plenum genauso, wie man es in einer Fraktion hebt. Ich glaube, es gibt heute junge Leute, die sagen, warum eigentlich? Wie komme ich dazu? Ich fühle mich doch meinen Wahlkreisabgeordneten, meinen Wahlkreisbürgerinnen und Bürgern viel mehr verpflichtet, als wenn die mir hier irgendwas in Berlin erzählen. Und was mache ich eigentlich, wenn jede meiner Meinungsäußerungen in zwei sitzungsfreien Wochen sozusagen schon inventarisiert ist und auch nie wieder gelöscht wird aus dem World Wide Web und bekannt ist, was ich dazu mal gesagt habe und dann werde ich konfrontiert. Früher konnte man ja sagen, das ist ja nicht alles gespeichert worden. Dagegen war ja, also dass man sagen kann, was man will, hat ja auch seine Nachteile, wenn alles bleibt und man dauernd mit sich selbst verglichen wird und begründen muss, warum man jetzt in welchem Kontext eine andere Meinung hat. Sodass das politische Leben schon schwieriger geworden ist. Und eine Volkspartei wie die CDU und die CSU werden nur zusammen bestehen können, wenn sie den Zusammenhalt der Generationen haben, wenn sie den Zusammenhalt der verschiedenen Interessen haben und wie weit lässt sich das heute in dieser Frage noch spannen. So, damit ich jetzt nicht zu länglich werde, will ich auch was zu den aufgeworfenen Themen sagen. Arbeit wird sich verändern. Ich glaube, mit all den Chancen und Risiken, die Chancen liegen darin, dass die, die die Freiheit genießen, alle Lebensbereiche sehr viel besser miteinander verbinden können und auch individueller gestalten können. Ich werde meine Arbeitszeiten besser einrichten können, ich werde Beruf und Familie besser zusammenbringen können. Das sind wunderbare Chancen und Möglichkeiten. Im Gegenzug wird aber auch vieles wegfallen, was vielen Menschen früher Halt gegeben hat. Wenn du ganztägig für dich verantwortlich bist, wenn du die Freizeit für dich und deine Kinder alles selbst gestalten musst, wenn du nicht sagen kannst, das macht schon die katholische Kirche oder die evangelische Kirche oder die Gruppe oder die Gruppe für mich, die wissen schon und haben schon 20 Generationen von jungen Leuten irgendwie großgezogen, das wird schon klappen. Also wenn immer mehr von diesen sozusagen Angeboten, die gegolten haben und die einfach Menschen auch, die Menschen durch Lebenszeiten geführt haben, wenn davon immer mehr wegfällt und ich alles alleine designen muss, ist das ja auch anstrengend. Das kann gut gelingen, aber manch einem wird es auch schwer gelingen. Und wie schaffen wir es an die, die sich damit schwer tun, auch Angebote zu machen, die nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft haben. Dann wie, so, aber insgesamt wird es jetzt darauf ankommen, für die nächsten Jahre, jetzt gehen wir mal nicht bis 2050, sondern mal für die nächsten acht Jahre, sich sehr viel Gedanken zu machen, was von unserem Arbeitsrecht wollen wir erhalten und was muss flexibilisiert werden im Blick auf die Frage der neuen Arbeitsmöglichkeiten und der neuen Arbeitsgegebenheiten. Da sage ich ganz ehrlich, dass wir da noch keine abschließende Antwort haben. Die Sozialministerin macht da sehr viel, auch mit einem großen gesellschaftlichen Prozess, empfehle sich das Grünbuch mal anzuschauen, geht jetzt in Richtung eines Weißbuchs. Da ist meine Bitte an die junge Gruppe, beschäftigen Sie sich damit. Und zwar so, dass wir möglichst viele mitnehmen. Zweitens natürlich die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Ich habe die mahnenden Worte wohl verstanden. Es nützt aber auch nichts, wenn wir uns nicht, also die Fragen müssen kommen, bohrend und so weiter und das sind auch lange, lang wirkende Systeme. Wir haben ja deshalb auch selber darauf hingewiesen, dass wir über die Rente jenseits insbesondere 2030, aber auch über einige Aspekte der Rente im Augenblick sicherlich sprechen müssen. Es muss nur in einer kommunikativen Atmosphäre ablaufen, die nicht der Hälfte der Bevölkerung nur Angst macht. Man muss wissen, wenn das Wort Rente fällt, fühlt sich meistens der junge Mensch nicht angesprochen, aber immer der, der heute Rente kriegt. Und der versteht, dass dann alles, was rational richtig ist, emotional ganz anders. Und darauf müssen wir achten, weil wir sonst mit einem Thema, was mit Alterssicherheit zu tun hat, mit Gesundheit im Alter, mit der Frage, was habe ich zu erwarten, wenn ich schwächer werde? Das ist unglaublich sensibel und da kann man echt auch viel Angst erzeugen, die ja überhaupt nicht gewollt ist und deshalb muss diese Diskussion berutsam und möglichst immer auch im gesamten Kontext geführt werden und lieber einmal zu oft sagen, dass es um die Zukunft geht, als zu wenig, weil damit nicht man sich sozusagen falsch verstanden wird. Ich sehe mindestens, also so schwierig wie die Rente, ich glaube, das kann man machen, die Fragen der Gesundheit an. Weil die Möglichkeiten so unglaublich werden, was man alles tun kann, aber eben auch die Kosten und wir da, es sagt sich schnell, wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin, aber gerade im hohen Alter wird das eine immer drängendere Frage werden. Deshalb muss über das Thema Gesundheit genauso gesprochen werden, wie über das Thema Rente und ich glaube, wegen der wissenschaftlichen Dynamik einfach noch mehr. Dann das Thema der Mobilität, das wird auch so sein, das werden, da haben Sie ja heute Experten da gehabt, da wird man einfach nicht mehr vom Verkehrsträger aus denken, sondern auch wieder vom Individuum aus, wo möchte sich das hinbewegen und wie ist eigentlich der geschickteste Weg. Das Besitzen eines Autos zum Beispiel als Statussymbol wird längst nicht mehr die Bedeutung haben, auf dem Lande sicher noch etwas länger als in der Stadt, aber da tut sich ja schon sehr, sehr viel an Veränderung und es wird zum Schluss eigentlich sozusagen darauf ankommen, dass man sich sofort bewegt, dass man möglichst schnell irgendwo ankommt, möglichst sicher und in time irgendwo ankommt und dass man auf seinen Bewegungen möglichst viel von dem tun kann, was einem selber wichtig ist. Und das, was einem heute ganz komisch vorkommt, also vor fünf Jahren habe ich über das autonome Fahren noch gar nicht nachgedacht. Inzwischen denke ich, Mensch, wenn du jetzt älter wirst, vielleicht ist das für dich eine Option, länger Auto zu fahren, weil es selber nicht mehr muss. Also ich wünsche mir inzwischen den technischen Fortschritt eigentlich schneller, überlege auch schon, wie man vielleicht Heimroboter einsetzen kann. Nein, ich versuche dazu eine offene Einstellung zu haben, wenn man jetzt nicht mehr die Zitrone selber auspressen kann, weil dann irgendwie die Hände nicht mehr so stark sind, sind ja alles Chancen. Also lasst uns in Form von Chancen über solche Dinge reden, aber das wird schon doll sein, wenn man den höchsten Versicherungsbeitrag bezahlen muss, wenn man selber noch an Steuer will, weil alles andere als sicherer gilt. Und sich da reinzudenken, was das bedeutet und wenn man jetzt mit, Sie haben ja heute VW hier gehabt, die größte Frage ist, wenn man in den Megacities so lange im Stau steht, das sind 33 Tage oder so, habe ich neulich gelernt, im Jahr, die sind heute für den Menschen noch nicht gefüllt und wie kann die Mobilitätsindustrie einen Beitrag dazu leisten, dass er sich 33, diese 33 Tage auch noch wohl fühlt und am besten auch noch viele Daten abgibt, aus denen man wieder was Schönes machen kann. So, das ist jetzt die Aufgabe und das ist natürlich Mobilität völlig neu gedacht. Wir werden mit Sicherheit bis 2050 klare Vorstellungen haben, wie wir weitestgehend ohne Kohlenwasserstoffe auskommen, noch nicht, wird noch nicht geschafft sein, aber man wird es absehen. Also die Energieversorgung wird sich vollkommen verändern und auch nur so wird es möglich sein, die dann vielleicht acht, neun, zehn Milliarden Menschen auf der Welt leben zu lassen und nicht einen Migrationsdruck auf uns zu bekommen, der unerträglich wird. Und deshalb wird die Frage des Teilens oder des Bauens von Lebenskreisen um uns herum, um das Schengengebiet, die auch in relativem Wohlstand leben, die auch in Sicherheit leben, ganz wichtig sein und je weiter diese Kreise gehen, umso friedlicher wird unser Leben sein. Weil wir gar nicht so viel uns mit der Grenzsicherung beschäftigen können, wie wir dann Kraft aufwenden müssen. Ich habe neulich einen Beitrag über die chinesische Mauer gesehen, das war sehr interessant. Es gab Zeiten, in denen hat man so viel Kraft auf die Schutz und die Stabilisierung der chinesischen Mauer verwendet und die besten Ingenieure, die besten Männer, die besten Leute mussten nur sich mit der Festigung der chinesischen Mauer befassen, sodass China nach innen völlig geistig verarmt ist. Weil die hauptintellektuelle Herausforderung war, wie schotten wir uns ab. Also das richtige Verhältnis von Abschottung, also in dem Sinne von Sicherung seiner eigenen Grenzen, aber in dem Sinne, dass man mit seiner Nachbarschaft trotzdem in einer guten Art und Weise auskommt, wird ganz wichtig sein und deshalb werden Entwicklungshilfe und vieles andere eine große Rolle spielen. Jetzt ist das deshalb so wichtig, weil wir ja nur nach innen forschen, entwickeln, bilden, leben, Familienzeit verbringen können, wenn wir das alles auch in Sicherheit machen können und deshalb messe ich dem so eine große Bedeutung bei und da wird eine der Aufgaben sein, über die bitte ich Sie auch nachzudenken, irgendwas machen wir bei der Entwicklungshilfe noch falsch. Wenn Sie die Summe aller Gelder, die die Welt ausgibt, für Entwicklungshilfe nehmen und dann doch immer wieder afrikanische Regierungschefs treffen, die Ihnen sagen, Elektrifizierung, 39 Prozent der Menschen haben elektrischen Strom, 50 Prozent haben elektrischen Strom, 60 Prozent haben elektrischen Strom. In Ländern, wo Sie eigentlich denken, dass es schon eher gut geht und gerade kein Bürgerkrieg ist, dann ist das nach Jahrzehnten von Entwicklungshilfe irgendwie nicht das Ergebnis, das richtig ist. Ich habe da auch keine abschließende Antwort drauf, aber ich denke, wir müssen da doch manchmal auch in einem größeren Design planen, weil wenn die erste Begegnung mit dem elektrischen Strom das Smartphone ist und die kleine Solarzelle drin und ansonsten man das nie erlebt hat, dass man irgendwie nach Sonnenuntergang noch Schularbeiten machen kann, das kann auf Dauer in dem Gefälle zu uns nicht gut sein. Und deshalb meine Bitte auch Austausch, Austausch und Lernen und interessiert sein, neugierig sein, wie andere leben, woanders, um auch ein Gefühl zu bekommen, das ist wahrscheinlich jetzt aus Ihrer Perspektive wirklich jemand, der schon recht alt ist, der das sagt, ein Gefühl zu bekommen, neben dem, was bei uns alles noch nicht ideal ist, wie gut es trotzdem bei uns ist. Und das können Sie nicht nur erahnen, wenn Sie sich einfach auch mal außerhalb des eigenen Wirkungskreises aufhalten, außerhalb Europas aufhalten, dann kriegt man so ein Gefühl davon und das führt einen dann vielleicht auch wieder dazu, manche Diskussionen mit etwas mehr Demut zu führen. Ich weiß, dass wir kein Anrecht haben, als Europa, also den Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz konnten wir uns ins Gesetz schreiben. Wir können uns ein gutes Rentensystem entwickeln, aber wir haben null Rechtsanspruch darauf, dass wir einen hohen Wohlstand im Vergleich zu anderen auf der Welt behalten. Und deshalb ist diese Frage, wo wollen wir eigentlich bei den Neuheiten dabei sein, schon sehr wichtig. Da habe ich wieder eine Bitte. Wir sind in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Was wir machen, das machen wir schon ziemlich gut. Aber man vergisst leicht, was es alles gibt, was wir gar nicht mehr machen. Da rede ich jetzt nicht über die Kernenergie. Das ist, glaube ich, zu verschmerzen. Bei der Fusionstechnologie bin ich froh, dass wir noch dabei sind. Aber es gibt jetzt Biotechnologien. Es gibt vieles, wir haben künstliche Intelligenz, aber es gibt vieles in der künstlichen Intelligenz, wo wir, glaube ich, nicht ganz so weit vorne dabei sind. Die Gentechnologie haben wir mal relativ großzügig beiseite geschoben und sie anderen überlassen. Es kann der Tag kommen, an dem, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht voraussagen, an dem sich von uns ganz getrennt betrachtete Wissenschaftsdisziplinen plötzlich zu einem neuen Projekt vereinigen. Und wenn uns da genau die Hälfte aller Bausteine fehlt, weil wir da keinen Spezialisten mehr haben und gar nichts mehr haben und das nicht mehr zusammenbauen können, dann kann es sein, dass man dann auch von einer Entwicklung abgeschnitten ist. Deshalb nicht nur das, es gibt lange, wenn man in die Geschichte geht, als das Osmanische Reich kleiner wurde. Im Osmanischen Reich hat man gesagt, die haben da irgendwie in Europa eine Uhr erfunden, die brauchen wir nicht. Wir leben mit der Sonne. Und war auch richtig, man brauchte die Uhr nicht unbedingt, konnte sein Tagwerk trotzdem ganz gut gestalten. Irgendwann hatten sie in Europa Schießpulver erfunden. Und da war es dann zu spät. Das heißt also, sie müssen davon ausgehen, dass außer uns 500 Millionen und den 350 oder 320 Millionen Amerikanern alle anderen auf der Welt auch interessiert sind, in groß gutem Wohlstand zu leben. Und dass das, dass die soziale Sicherung immer erst die Folge eines erarbeiteten Wohlstands ist. Und deshalb ist das Thema Innovation, Forschung, Entwicklung, Bildung extrem wichtig. Und deshalb die Neugierde behalten und da ja immer durch den demografischen Wandel die Jüngeren nicht mehr werden, müssen sie länger jung bleiben. Im Sinne von Neugierde, von neuem Lernen, von neuem Aufnehmen, von neuem Verstehen. So, mit all diesen Anregungen, Beschreibungen würde ich sie dann gerne dem vielleicht gemütlichen Teil ihrer Feier überlassen oder auch nicht. Jedenfalls würde ich jetzt sagen, habe ich meinen Beitrag Richtung 2050 jetzt abgeschlossen. Herzlichen Dank und alles Gute der Jürgen Grote.